Was ist denn am Sonntag? Sonntag ist schon mal ganz gut. Und der 11. Also im August habe ich zwei Aktionen auf jeden Fall. Die gehen jemals eine Woche, beide. Aber ich guck gleich mal nach. Im Idealfall passt das. Ja, ich hab da überhaupt nichts gegen. Ich mach das ja alles. Du siehst, ich kann man damit relativ gut beschäftigen. Ja, das ist ja ganz gut. Ich hoffe, dass ihr eine Beziehung geleistet habt. Passt ja auch gut an die Suche rein. Ja, so ist der ganz cool. Der eine am Schminktisch, der andere da vorne. Ja, wir sind da so beibehalten. Ich hab das lieber. Ich hab das lieber. Ich hab das lieber. Ich hab das lieber. Ja, ich hab das lieber. ... Ich schuze mich an, ich schuze mich an. Vielen Dank. Das ist eine große Herausforderung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020